Fall der Fälle, dass du mich verfolgen musst, weil du ne Pussy bist und weg rennst. Ich hab den Skill gekauft. Ich renne nicht weg. Ich kann nicht weg. Und, äh, hallo und WB, meine lieben Leute. Ich hab den Skill umsonst gekauft. Gekauft vor allem. Welchen Skin? Ich, äh, ich hab den, ich hab keinen Skin. Auch nicht. Da hast du auf jeden Fall schon mal der neue Champ, der heißt Elise. Ja, eben, ich mag das voll. Was, den Name? Ich hab nur einen Skill am Anfang, ne? Nee, den Champchen mag ich voll. Ah ja, ich hab nur einen Skill, Skill, Skill. Ja, auf jeden Fall, wollt ich den euch mal vorstellen. Ja. Das erfasst. Was? Kommt auf YouTube. Was denn? Das. Match. Echt? Ja. Woah! What the fuck? Wie geil! Wie geil! Wie geil! Es legt einfach, es legt einfach, oh mein Gott. Was ist das? Oh mein! Die ist voll AP, auf jeden Fall. Hä, mehr Gold? Hä, wo geht's Witchcap? Wo geht's Witchcap, ja. Hä, wie geil! Wo geht's Witchcap? Ich hab aber voll das geile Item. Ja, voll das geile Item. Hä, man hat viel mehr Gold am Anfang. Und gibt ne neue Potion. Spielt ihr die 3 gegen 3-Map? Ja. Ja, die sind so geil aus jetzt. Ey, I-Core off. Shit. Ja, eben. Oben sagst du, ne? Oben, ja. Ich geh oben. Oh, sieht die schön aus. Schieb jetzt, ey. Oh mein Gott! Die ist richtig geil. Was für Alte haare! Ist das ein neuer Spielmodus? Ja, scheinbar. Hä, die bringen einfach auch noch einen neuen Spielmodus mit rein. Ich check gar nicht. Okay. Aber jetzt haben schon die Minions gespawnt. Hä, warte mal. Altau-Milz ist verschiedenes? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so Placeholder-Image, dass überhaupt nichts da ist. Also hier haben wir Deals-Matical-Damage equal to 50 plus 8% plus 1. Bist du auch bei deinem Altar jetzt? Nein, ich stehe jetzt hier bei den Minions oben. Ja, okay, dann kann ich auch mal. Boah, das leckt bei mir voll. Ja, bei mir ein bisschen. Also bei mir eigentlich gar nicht. Den hab ich ja auch geskillt. Was macht der? Schaden. Okay. Okay, die Altar haben unlocked. Geh doch mal weg! Rasta-Arus. Ich geh zu meinem Altar-Tschüss. Was willst du da? Weiß ich nicht. Was gibt's denn hier? Ja, nichts. Scheibenwahr. Ah, okay. Hier ist ein Golem. Aufgetaucht. Hä? Scheibenwahr muss man den einnehmen? Ja, gib mehr Gold. Okay. Was hast du getan? Den Altar eingenommen. Achso, ich dachte, du bist gestorben. Nein. Schill mal. Die Spinne ist ja cool. Ja, ich glaub, ich spinne. Ich dachte, die Warteschlange hätte sich verkürzt. Aber jetzt ist es einfach eine halbe Stunde geworden. Du Wichser! Ich musste jetzt aufreden. 20 Minuten, Mann. Die Position der Q. Oh, wo noch? Hey, guck mal, wenn... Wenn jemand... Äh, tot ist, dann hat man so ein Schwert jetzt. Ja, meine... Meine Position in der Warteschlange über 9000. Ich glaube, die haben zu viel Dragon Ball geguckt. Was hat Dragon Ball damit zu tun? Ach, die haben einfach nur das Design geändert. Kann das sein? Nee, die haben den Jungle in der Mitte größer gemacht und den oben weggenommen, glaube ich. Also, ich hab die Maps selbst noch nicht gesehen. Äh, ja, die haben auch in der Mitte zwei Altare, wo man Gold bekommt, wenn man die einnimmt. Aber das ist richtig witzig, die zu spielen. Boah, war es knapp. Hat sich gerade so gesehen und dann so, ja. Was hast du denn, Blackfire Torch? Keine Ahnung. Boah, das ist das perfekte Item für Sie, Mann. Blackfire Torch? Ja! Mach einfach nochmal so, mach dir mal, helf. Das ist voll gut, wenn du mit dir bist. Äh, hatten die nur das oder haben das alle? Alle. Auf der Map. Äh, ach so, auf der Map. Ja, okay, ich wollte schon sagen, die hauen nicht. Das ist ein Burn, äh, für ein additional 5% auf der Target, Maximum Half. Im Match Damage, über drei Sekunden. Hä, das ist voll gut, das, Alter. Das guck ich mir gleich mal an. Es wird alles überwürdig. Was ich bräuchte. Hallo, wo ist mein K... Sk... Ja, sorry. But I just met you. This is crazy. Das ist okay, ich bin echt sehr... Ich bin echt mit dir. Okay, also hat sie keine Ulti. so gesehen. Ja, da kriegst halt mehr Spinnen, aber... Ja, ich find das, äh, so nicht nutzvoll. Ach so, die Spinnen kommen und haben sich verwandelt. Habe ich noch keine gesehen. Ah, ich seh sie. Die sind ja cool. Hä, kann es sein, dass man sich in der Spinnenform heilt? Ja, ich hab's mir nicht durchgelesen. Keine Ahnung. Äh, nee, aber ich heil mich einfach so, wenn ich mich bewege. Ist doch ein Lifehack, ne? Ist nicht Totswack hier. Ah ja, 1,4%. Ja, Showcase ist das. Das ist wie ein Showcase. Magic, Ability, Power. Ah, da, Blackfire, Torchlight. Bleiben die kleinen Spinnen? Nein, die gehen weg. Nee. Die haben lange. Ja. Ja, nee, bei mir sind die die ganze Zeit geblieben in der Form. Als ich mich zurückverwandelt hab, waren die dann weg. Hä? Kannst du es dann? Cool. Kann ich auch. Hä? Ja. 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 Hä? 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 ich mache irgendwas das ist der witz an der sache ich habe keine ahnung scheinbar ist das zeitbedingt ich habe den spielmodus noch nicht gecheckt ich kann meinen selber nicht einnehmen ist der witz vielleicht hat das was mit zeit zu tun ich gehe dann mal hast du es gesehen ja da ist ein fetter roter streifen auf dem boden hr da habe ich nichts mit der wut ach so erhältlich ich muss doch das geht erstmal durchlesen ja ich habe meinen mir nicht durchgelebt also die zählte der mit equal zu 95 plus 8 prozent Okay, auf Deutsch heißt das so viel wie 95% halt. Quatsch, das war scheiß Klaber. Was macht der? Das ist die Spinne. Der Charakter kann richtig gut werden an sich. Aber ich kann ihn wieder wahrscheinlich nicht spielen richtig. Der ist echt sehr kompliziert irgendwie. Ja, die werden auch immer komplizierter. Ja, im Jahrgang, weil der ist einfach shit, ne? Also mein Jahrgang hasst sich irgendwie gegenseitig. Und wir haben einfach kein Geld für den Abiball, weil... Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Da waren die Leute drin, die Abiball feiern wollten, aber keine Ahnung, wenn die Organisation hatten, dann haben die sich aufgelöst, dann kam durch Abiball kein Geld mehr rein, jetzt haben wir nicht genug Geld, wahrscheinlich für den Abiball. Und jetzt sind alle vollkotzig aufeinander. Nein! Ja! Ich hab noch zwei Tränke, die ich nicht benutzt hab. Sie kann, äh... Scheiße. Aga, Hilek. Einfach nur noch Spaß. Äh... Das schneid ich raus. Mach ich sowieso nicht. Ach so, das ist das ja auch. Ja. Ja. Ich weiß, ob ihr das rausschneiden würdet. Mach ich auch nicht. Aber... Die Leute werden das anklicken. Weil der Charakter Neues. Abonnenten Farming. Keiner wird mich abonnieren für die Saga Healing. Aber die machen jetzt viel mit verschiedenen Formen, verschiedenen Skills. Und wenn du den Knie tust... Das ist ja auch wichtig. Der Kiefer. Der Knie wird sich raus. Wir haben dich für eure鼓s. Danke für eure Warnung. Brauch ich einen Schlüssel oder was? Ja. Ich blick's echt nicht mit den Altaren. Einfach so gar nicht. Ja, siehst du, wie man diesen Schreifen sieht? Sei behindert. Oha, 10% Attack der Virtual Ability Power hab ich jetzt, ne? Wovor ich? Nee! Ich wollte den Turm noch töten! TT, Mann! Hast du dich nicht angegriffen? Nee, ne? Nein, nicht einmal. Ich weiß doch nicht, wo der Herr den Damage nimmt. Ist wahrscheinlich von meinen Spinn. Ja, Minions auch, ne? Achja. Ja, aber wenn beide Altare hat, das ist voll gut. Warum, was? Achso. Das, Mann. Warte, Potent Attack Damage und dann in den T-Power. Okay. Die Map ist noch sehr verwirrend. Ja, aber man kann ja auch nicht zurück einnehmen, das ist ja der Witz. Meine true beauty. Ah, scheiße. Dann weiß ich, wo du bist. Ah, ja, ich bin zu spät, um das mit einzunehmen oder zu klauen. Okay. Das Ganze wäre auch witziger, wenn ich am Leben wäre. Hä? Jetzt steht bei dir ein... Hast du den gerade eingenommen? Nee. Ah, das Siegel ist gebrochen! Das spricht eigentlich nicht. Ja, die haben eine Versiegelung und irgendwann geht die kaputt. Dann weiß ich nicht nicht viel, was in der Heer ist. Hä? Was mache ich denn? Ich frage mich einfach nicht. Ich frage mich einfach nicht. Es hat so gut angefangen, es fängt immer bei Shia gut an und danach ist einfach nur noch aber ich stelle mir das zu dritten bisschen anbelangt wo drach ist da oder baron oder irgendwas ich gucke mal wieder aussieht wo auch immer wieder finger weg ich habe die tools for the job ja ich doch gesagt Was hab ich gesagt! I know the true... Ich sag sowieso nichts. Patience. Was mit den Spinnen? Nee, mit mir. Ja, weil ich nicht in deinem Kreis war. Nein. Ja, die bräuchte ich auch. Wo gehst du? Du Bitch. Äh, Witch. Ich verwirr' dich über die Power. Ja, wieso kommst du auch dasselbe? Ja, natürlich. Torchlight. Großer Torchlight-Fan. Hoffentlich hab ich ja wohl gefälligst auch einen Torchlight zu haben. Du bist in jedem Schatten. Ach so. Geht einfach nicht. Kann ich einfach nicht einnehmen. Ja, ich bin echt gar nicht. Hauptsache das sieht aus als wäre Jax eingenommen. Jax? Ja. Ja, das sieht immer so aus als wäre Jax eingenommen. Ja. Ha! Da hat mir der Stan auch nichts genützt. So, erstmal Torchlight holen. Und Schuhe. Ah, deswegen... Der Typ hat schon Torchlight und Schuhe. Was ist denn Tortschlein? Ja, neues Item. Ein gutes Spiel. Ja, Tortschlein ist wirklich ein gutes Spiel. Eben. Dann müssen du noch Tortschlein. Hey, Donnerstag ist der Schlimmste. Heute ist aber morgen schon Freitag. Tag, den es geht beim Fernsehen nicht drauf. Das muss kommen. Was? Wer ist die Karte jetzt langsam? Ich drücke immer noch random. Alice into a human alive. One enemies got on ground. Ah, das hat zwei verschiedene Schicks. Was? Ja, dieser Kokona, zwei verschiedene Schicks. Könntest du das nochmal wiederholen? Nein. Ah hell, ich bin nur so. Ich denke, du bist einfach wieder da, oder? Ah, ich habe die Tools für den Job. Dein Team hat ein Turret verletzt. Krass du aus, du zerstörst dich in Tauern und sterbe. Nein, ich werde spinnen. Spider-Man. Ich werde spinnen. Diese Spinnen können gewinnen. So weit kommts noch. Unverwundbar. Ich weiß, was sieht in der Schamme. Ja, Invisible. Der Charakter ist witzig. Nein, dein Charakter ist eine Spinne. Mach mal wieder ein paar Spinnen. Spinn mal nicht so rum. Du Spinner. Ich sag das alles gar. Ah, jetzt blick ich wenigstens langsam den W-Spiel. Ich warte mal, wer immer noch im Forum ist. Ich bin eigentlich frisch im Chat schreit. Ich bin richtig drin. Ha. Halt die Klappe. Ich geh doch nicht rein. Hab Angst. Der hätt ich auch nicht gemacht. Der gute alte Rex Carter and Chisaur. Spider-Link deals 20 plus 11 physical damage. Spider-Link ist OP. So, das ist ihre Passive. Ja. Ja, ich bin mittlerweile schon 3,8 hinten. Ich kann sowieso nichts mehr machen. 3,8? 15? 8 schon. Ja. Wo kommt denn die 15? Das ist ja. Äh. Ja. Wir haben hier noch einen auf der Lane. Ich bin immer noch 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 auf der Lane. Ich bin immer wieder mit dem. 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 Ja halt doch einfach die Fresse, ey. Es interessiert niemanden mit wem du spielen willst. Ich bin ganz froh sein, dass du mit uns spielen durftest. Das ist doch eine lange Zeit. Der wiesst aus. Der war Gast in unserem Chat, der war Gast in unserem Chat. Ich bin immer noch auf der Lane. Ich bin immer noch auf der Lane. Ich bin immer noch auf der Lane. das so wird der hensquick astral astral körper ich weiß noch nicht welche attacke ihr bei minien fahren warum machst du so schnell der mädchen so viel halte ich mir mal hinterholen das macht halt übelst angriffsspeed aber mittlerweile sogar 140 oder was ja ich hatte 60 aber auf a d könnte man die total vergessen hat gar keine ahnung ja der ist geil weil ich bin ja gut stimmt ich finde ich weiß nicht also ich glaube pro ap ist schon ziemlich gut m hey wie du dich ignoriert hast mich jetzt traurig bin das hast du geschafft weil du mehr leben hast ich auch gedacht erst mal läuft es hier ja davon halte ich jetzt aber auch wenig erst mal ganz nah dran gewesen meinten zu gucken wie die ausseiten kommt der mit echt wir haben ich lege mich mal mit dem boss an da wollte ich auch gerade kann ich mal besuchen lass mal uns daneben stellen screenshot machen ja gleich ich bin kein ich bin kein Gwangsu ach scheiße hab den außersehen angegriffen ja weil du das jetzt schaffst ne ich bin bereits tot ja dann mach ich den jetzt weil ich bin pre-haired ok ok ja mit dem spinnnetz ich bin das doch überhaupt nicht lustig was da geschehen ist ja ich bin weggerannt weggeflash besser gesagt ich bin gestorben weggebausen ist es immer noch meins ja ich kann ihnen den Weg zur divinity ich kann ihnen den Weg zur divinity okay das heißt die spinnform ist definitiv dazu da mindest töten Ist das ja weil Pirate weil Hacker TIS TIS ja mehr übertreibt es nicht berichtet S übertreibt man nicht wollte schon sagen wenn ich jetzt getötet hätte ich aber ausgerastet kommt er an mit 12 HP was ist hier ist was tut Prozent 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 ja gleich hier ja ich ich krieg auch kein Gold ich bin ja aber auch Prozent sieben Kills hinterher das war sogar richtig nein du bist einmal öfter gestorben als ich wegen dem Typen ach ja aber ich verstehe nicht wie sich mein Altar jetzt immer noch habe weil ich dich nicht angegriffen habe ja was lange musst du wenn ich jetzt auf deinen Altar geholt ich mir den pass auf solange ich den nicht einnehmen können die dir drei zwei eins und meins jetzt kannst du erst mal nicht einnehmen ach so noch nach 90 Sekunden dass wir haben aber solange das nicht der Fall ist ich bin tot ich habe immer noch die zwei Tränke vom Anfang langsam habe ich die Schnauze voll ich habe die zwei Tränke mal verkauft späte späte wie mein Stuhl einfach unnötig viel knallt ja eben Dödel können wir jetzt mal einen Screenshot neben dem Baron machen oder neben dem ah und was heißt darauf ich hätte es besiegen Biron Wollte ein cooles Thumbrainer Dödel wie wie schilds ich bin jetzt bitte das ist so schnell ne komm ich schaue ich jetzt gleich pushen warte ich werde euch noch zu sehen wie du bist vor der Tür warte wo bist du denn da angekommen muss man spielen sagt 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 habe ich bin die Versteiger ja diese weg Aparo Kumpel Töne 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 Das war bei in der Halbzeit in der 1.30 Sekunden wo das gepostet wurde ich das schon gleich er ist ja A du kommst mir niger NERD scheiße AAAAAAAH heeeey boah wie geil boah gut dass du das aufnimmst ja Ja. How to shit in LOL. 4.14. 4.14? 4.14. Ich zeig mich von meiner besten Seite. Also ein bisschen Gold bräuchte ich noch. Egal, ich versuch's. Ein bisschen Gold, ein bisschen Leben, ein bisschen Leberwurst. Also ich geh jetzt zu spielen. Gute Nacht. Gute Nacht. Viel Spaß euch. Warum spinnen du eben? Wie weit wird es auf YouTube verfügbar sein? Eben. Das wird einfach übelst lang dauern. Ist schon halbe Stunde. Wird auch einfach mal drin sein, wie ich schon wiederum fläge. Hä, was kommt da einfach an und tönt mich? Warte, was du da haben. Ach so. Ja, ich bin tot. Hältest du's aber? Irgendwas mit Shadowhuns. Du dürftest. Das Spiel jetzt langsam beenden. Nice. Also sonst schlage ich zurück. Ich hab den Charakter nämlich langsam verstanden. Nach tons of years of... Ja. Der ist echt zu stark. Was ist das denn? So, sei Glanta. Ja, normalerweise ist das ja auch eine 3er mehr. Zack. Ich bin so langsam. Wieso verwandle ich mich nicht in die Spenne? Ah, ich und meine Nichtskönnerrichtigkeit. Now I drive? Ist jetzt Autofahrer. Ja, ich glaube auch. Na klar. Sonst noch Wünsche. Okay, Minions. Ach, es gibt auch keinen Ramadons mehr, oder was? Ja, deswegen gibt's da diesen Hut. Ist auch einfach derselbe. Ja, aber ich wollte Ramadons eigentlich behalten, wenn ich ehrlich bin. Und Maya Soul Stealer kenne ich gar nicht. Was ist für Maya Soul Stealer? Ist ganz unten bei Ability Power Locked Item. Maya Soul Stealer. Das ist wahrscheinlich ein Alter von Dings. Aram? Ja, ist Aram. Dominion. Ich bin auch wieder. Ja. Hey, ich mach grad Damage, ohne dass ich was mache. Ja, ne, Vitara has respawned. Ich hab was cooles vor. Du flechst dich rein und tötest mich dann. Nee. Das wär ja langweilig. Ja, von oben geht das besser als man. Ja, wachst halt ein paar Minions. Ich auch gerade. Boah, wie schnell dieser Super-Minion tot ist. Die ist voll die Gutvorscherin. Ja, ich bin tot. Ich bin einfach scheiße. Ist leider einfach so, aber das muss ich mir eingestehen. Lettgewiss die Richtigkeit. Ach, da wäre ich mir noch ein bisschen zu schwach. Ja, weil du die noch nicht konntest. Ja, ich glaube auch. Und der schlechteste Rapper, den ich kenne. Von noch 700 Gold. Du hättest schon nix bänden können. Aber ich brauch Gold. Ich geb dir welches. Ja, ist klar, wie soll ich die alleine schocken, weil er vor drei gesagt ist. Das hab ich auch nicht eben schon vor einer Stunde gesagt. Ja, vielleicht vor 30 Minuten, aber nicht vor einer Stunde. Ja, gut. Halbe Stunde. Halbe Stunde, 30 Minuten ist dasselbe. Hättest du den Alter eingenommen? Hättest du 80 Gold gemacht. Ja, aber Knorke. Knorke? Knorke. War immer noch Gold. Ja, du hast mich doch gerade besiegt. Aber what the fuck. Ja, 300, 100, 200, sowas. Soulside Lantern. Ja, wird nix. Ich bin tot. Drei, zwei, eins. Ende. Meine abschließenden Worte sind LOL. Ja. Von mir aus auch ne Runde auf der Map. Ich bin tot. Ich bin tot.